Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Ich würde dann auch mal gerne was sagen. Dankeschön, herzlich willkommen in der K-Storm. Ich bin alt und wohne in Deutschland und guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. In der letzten Folge haben wir mit Episode 5 angefangen und einen ultimativen Schatz gefunden. Irgendein Feuerzeug mit blauem Feuer, was nach oben geht. So fünf Blöcke oder so Feuer, was sich stackt. Jetzt fragen wir Ivor danach, was das denn genau ist, weil ich habe keinen Plan. Erstmal einen schönen Schluck Wolfigwasser. Du musst das. Ist das nicht? Nee. Keine Ahnung. Jo, also ähm, ist, ähm, was dann mal los, gell? Ich wollte gerade aufstehen, aber da sehe ich, dass Game lag. Ja, komm. Das Game läuft gerade sehr, sehr gut. Ganz kurze Pause. Was war denn da gerade los? Das Game ist einfach tot. Ich sag dir, die rennen dann jede Person als einzelnen Frame. Ja, come on. High five. Let's go. Falls ich jemals bekannt auf YouTube sein werde, bitte Leute, seid nicht. Bitte tut mir das nicht. Okay, ihr scheinen ganz schön die Party abzunehmen. Das ist episch. Ich finde, das sieht cool aus. Das ist cool. Das ist cool. Ja, wer denn sonst? Also, ich finde es cool. Ich würde das in Minecraft auch gerne haben. Er lasst ihn doch, also ganz ehrlich. Was ist denn jetzt daran so schlimm? Ja? Oh nein, das ist das. Das ist so eine schwere Entscheidung. Klar, wir müssen... Für die Fans! Für die Fans? Oder für Ivor? Das ist der Grund, weshalb ich dieses Game lieber streamen möchte. Dann kann ich euch nämlich fragen, was ihr wollt. Das ist so eine schwere Entscheidung. Was ist das denn? Also, wie soll ich mich denn da richtig entscheiden können? Oder nicht richtig? Also, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Also, ich habe keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll. Ich finde es trotzdem sehr cool. Ja? Ja? Doch. Ja? Weiter geht's! Always nice to see a gracious winner. Haha. Haven't seen you around in a while. So what can I do for you, Jesse? Yeah. Why won't we found something in that temple you told us about? What? You did? Yes. Great to see you again. Let's do lunch. I'll bring the carrots. There's no telling who's listening. Meet me in the treasure room. 10 minutes. And bring the thing you found! I don't know. I don't know. If we're going to keep that thing up. We should at least in case the lava in some glass. To make it safer. Well. Like not too safe. Come on. Help me collect some sand. And make sure the lava in some glass. The right amount of safe. Okay. We'll catch up with you later. Yeah. Once we make sure this art gets the respect it deserves. Right. What he said. Stay out of trouble you two. You stay out of trouble. Good one. Thanks. Later guys. Come on. Let's go find Ivor. I'm in any form of trouble. Because I'm the one and only Jessie. Ah. Wow. This place is really shaping up. Okay. Wo auch immer wir gerade sind. Hey. Das ist der. Das ist der. Da fehlt was. Wow. Lucas. I don't believe it. Oh. Hey guys. You have some pretty cool stuff in here. Crazy stuff. Yeah. Great to see you. It's been a while. Well. Ich glaube nicht, dass er es hat. Ja. Aber ich bin trotzdem immer vorsichtig. Da fehlen nämlich zwei Sachen auf diesen Podesten da hinten. Oh wow. You framed it. Um. Him. Yeah. How are you doing? Oh, das fände ich ein bisschen makarver. Ich weiß nicht. Ich fühle mich schuldig. Fliesig ist er mit reingekommen. Ja. Aber was hat er gesagt? Ja, aber also er soll ja mal froh sein, er wäre ja sonst down, also... Nee, vor dem habe ich safe keine Angst, also nicht vor dem. Aber er hat mich aufgelenkt. Er wurde super agressiviert, er solltet ihr wissen, welchen treasure du warst. Also, was hast du gefunden, Aiden? Was ist denn das jetzt? Was kann denn das Ding? Ich höre... Klingt wertvoll. So fühlen sich manche Leute, wenn ich ihnen von Computerkomponenten erzähle. Klingt wichtig. Scheint so zu stimmen. Ja, ja, kenn ich. Diese typischen Antworten, die ich manchmal erhalte, wenn ich über Computerteile rede. Ich denke mal, Jesse. Das Tempel muss ja sein sein. Wow! Old Builders? Ich lerne etwas Neues jeden Tag. Okay, so diese flint and steel might have this Old Builder Enchantment, aber wie wissen Sie, dass das Eversource ist? Jaaa, aber ich weiß ja nicht. Also, ich hätte das irgendwie ein bisschen anders vielleicht gesagt, aber nun gut. Warte. Warte. Er kommt? Wow. Sieht so, dass ihr euch viel zu bekommen habt. Also, wenn er mitkommt, können wir davon ausgehen, dass es spannend ist? Oh, du kommst mit? Ich brauche einen Buffer zwischen mir und Eivor. Let's move'n! Also, ich bin wirklich seit der ersten Folge komplett verwirrt, was das alles angeht. Ich weiß es noch nicht so genau, was von uns hier erwartet wird. Ganz, ganz wehrte Sachen. Das ist so spannend. Das ist die anderen Sachen, sage ich nicht. Also, lustig finde ich ihn nicht. Schlau. Er hat einen Witherstorm auf die Welt losgelassen. Ich sage einfach, er ist nicht so schlimm. Er ist auf jeden Fall weird. Ihr behalte das Ziel im Auge, Eivor. Das ist ja schließlich der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Ich mach meinen Hedel aus Was bringt das? Achso Die sehen jetzt halt aus Oh, okay Da kann ich die Lava anschauen Sieht sehr lavisch aus Ja eben, ich will da gar nicht runter Da sind die ganzen Spinnen so, wisst ihr Vor Die Foro, was ist los mit dir? Bitte helft mir Also, ich weiß ja nicht Für mich ist das alles sehr suspicious Ja Also auch das, was Eifer und so Hier ist nicht Ja, dann kann ich nur mit Petra reden Das ist alles, was wir hier machen können Hier ist noch The Run and Only Ja, hätte ich jetzt auch gesagt Ja, hätte ich jetzt auch gesagt Also, ich finde ihn cool Weil es ist sehr sass Also irgendwie mit diesen ganzen Rätselnacht und so Hier packt das wunderbare Raytracing rein Huft Das ist sehr schlecht getrackt Ich will mich darüber jetzt nicht beschweren Aber das sieht ja grauenhaft Genau, hochklettern Ja gut Let's go Das ist doch ein kompletter Bereich Warum waren wir denn da gestern Nee Das Wir gucken erst mal nach draußen Problematisch mit der Mütze So klingt das Otterlot wie ein Löwe Ja, Vollgas Das Gold sieht richtig gut aus Was ist das? Ey, das Gold ist richtig cool eigentlich Wie das so glänzt und scheint Ist ganz cool gemacht, muss ich sagen Mit dem Feuerzeug Was ist denn auf der anderen Seite von dem Portal? Ich kann mir da gut gar nichts vorstellen Weil das gibt es in normalen Meinen Oh Gott Fuck Ich glaube wir sollten denen folgen Nein warte, da unten könnte man Axel und Olivia holen Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen Ich weiß es nicht Jetzt sind wir zwei Leute weniger Ich weiß nicht, ob wir dadurch einen Nachteil haben Aber nur Skyblock? Ich hab das Das sieht aus wie eine Skyblock Map Das ist Skyblock Wo ist der Tree? Wir brauchen einen Baum Ja, im Ende ist das ja auch ein bisschen Da fehlt ja auch ein bisschen was unten Wir spielen jetzt Skyblock in Minecraft Story Mode Also, finde ich cool Finde ich cool Aber Was? Yo, Frame Frame Drops Drop Top Hey, uh, you guys see that? What? So very strange Wow Sind wir im Ever? So kind of city That's incredible That's it That's where it must be The Ever-Source The city and the clouds It almost sounds impossible Wir könnten rüberfliegen Ja, vielleicht hätten wir die doch holen sollen Olivia und Axel Maybe Das passt schon Das passt schon Ob das denn jetzt auch stimmt Dass die Insel reichen könnte Für uns nach drüben Sehen wir erst beim nächsten Mal Wenn euch die Folge gefallen hat Zeigt sie gerne mit einer positiven Wertung Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Und ciao Outro Bis zum nächsten Mal